so da sind wir mal wieder seit wochen im schlafzimmer da ist wohl so sehr lieb dass sie kuschelt es gibt leute die die heiraten gerne ihre konsolen meine konsolen die sind alle bei meiner freundin in der wohnung außer meine zwei und drei die liegen bei mir in der wohnung zu hause ja wir müssen uns mal wieder eine kaufen 64 habe ich noch im keller stehen schön mit mario kart ja heute ein bisschen mario kart gezockt auf der spit und ich habe sogar noch meinen c64 im keller ach gut ja leider gottes hat der seit anfang diesen jahres ein wasser schaden und wenn den keller unter wasser stehen hatten einen halben meter naja das ist bitter na gut dann habe ich noch nicht getraut das ding mal zu starten nach dem trocknen ob es noch läuft so wieder reinkommen ja irgendwie ist die mauer weg kann das sein eigentlich war sie baut sich gerade auf die ist so groß ist die mauer ja gut wir müssen jetzt eben bisschen wieder reinkommen nach wochen ja nicht mal wieder ein bisschen die mauer ablaufen wir brauchen fast noch 400 bäume also ja weil wir einmal die decke noch mal neu machen ich weiß nicht was er meint ich erinnere mich an diese folge da ist die mauer warum red ich eigentlich mit dem scheiß feuerzeug wie kann das feuerzeug wegpacken ja steuerkreuz nach rechts glaube ich perfekt man ist einfach zu lange raus aus dem spiel das ist ja auch noch mal eine höhle mensch habe ich auch jetzt gerade erst gesehen ich darf ich dachte ich dachte nur da vorne wo man so runter klettern kann habe ich jetzt auch mal ein klitz ja und ich glaube hier in dem teich ist sogar auch noch ein höhleneingang ne ja brauchen wir hier läuft gerade ein drum monster auftauchen dörfer höhlen alles drumherum wobei ich gelesen habe dass tatsächlich dieses die ecke hier sehr beliebt ist zum bauen also in der ecke habe ich persönlich was gar nicht gebaut also ich habe schon so ein bisschen in der fausgruppe mitgelesen und alles und da haben einige schon echt viel gebaut für viele häuser gebaut wobei da sind handy auf laut ich mache es auf leise alles gut wir haben was großes bei mir zwei jetzt schon ja ich muss auch hier da wollte ich gerade mal ein bisschen bäume fällen gehen und dann da vorne mutanten bitte was hat sie gerade gesagt ein mutant sitzt auf dem boden komisch das hat man so verstanden ja ich dachte man versteht dich man hört das alles im video oh gott er versteht meine frau wie geht das nur schreck mich doch nicht so dass mich übel zerschrocken ich höre nur schritte hinter mir ich würde weitermachen wenn sie anfängt zu schreien wie die kannibalen hier dann würde ich mir sorgen morgen doch vom ersten café ja 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 viele 22 gebergreif jahre zwei multi schist und was fettes das finde ich das richtig 12 ich sehe zwei gerade mal nur ich habe euch nichts getan haut mal ab von mir jetzt hier ist ja irgendwie ist gerade auch ein baby in der nähe ist kriegt kinder das ist eine hilfe probleme super normal ist sie schon tot wieder drauf natürlich hallo ich glaube ich gehe gleich mal ein bisschen in die höhle darunter noch mal ein bisschen Alkohol dabei, wenn ich daran alle machen kann so ein bisschen Monsterhaut ja gut noch mal jetzt ein bisschen Ruhe warte mal wo ich den Baum denn überhaupt angehauen jetzt gerade schon gefällt ich hätte noch drei oder vier Dynamitstangen auf jeden Fall schmeiß rein wenn ich ehrlich bin vielleicht hier so in die Ecke da wo ich jetzt gerade ein bisschen gucke so geradezu bei dir da stehen so vier fünf Bäume aufeinander die könnte man theoretisch da irgendwie ein bisschen weg springen gucken wir mal keiner in der nähe ich bin weiter gezogen gerade ich habe den falschen knopf gedrückt man sollte es auch fallen lassen und nicht werfen ich höre schon wieder was ich habe aber auch gerade irgendwie was mit vernommen gerade ja diese Dynamitstange hat nur zwei Bäume mitgenommen das kann doch jetzt nicht sein ich habe sie mitten rein geworfen ok ja hier sind schon wieder zwei große so ich muss dringend mal irgendwie was zu mir nehmen zum ich will auch ein bisschen mehr sagen wir machen vor allem mal zumindest zu trinken ist ja blöd schon wieder was ich glaube wir haben nichts mehr zu trinken sind schon wieder zwei große ja schon wieder etwas gebärmtes und multi fürs doch schon wieder wir haben nichts zu trinken kann auch keine dosen mehr alkohol alkohol ich will gerade kein alkohol trinken jetzt gleich mal hier kurz in die höhle runter ich glaube da findet man auch alkohol aber ich kann mal gucken ob ich was drin habe in regalen stehen glaube ich genug drin ich glaube da waren nur dosen ja jetzt zu trinken zumindest auf ihn das ist ja nee das ist okay das ist perfekt ich müsste mal wieder regnen in der höhle weil ich meine dass das alkohol wo ja ich sehe gerade dass sie da wieder haben bisschen action habt was los kollege ich komme ja ich bin gleich tot ich habe nichts getan ich bringe mich noch nicht an kollege ja 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 ich kann mich weg ich kann mir gerade das schreck ich muss gerade ich muss wieder komplett in die steuerung reinkommen das ist ja da wollte ich noch ein paar friedliche bäumchen fällen die kommen mittlerweile schon ganz schön auf die großen die wissen schon was sache ist daran wie viel oder wie viel oder wie groß man baut und so ja hier ist ein baby noch versenkt ich höre doch schon wieder irgendwo was ich sehe es aber nicht wo es herkommen könnte das ist nur so ein laternen heini dahinten der feier wieder sagen mal was auch kommen wieder so läufer angerannt hier ich fühle mich doch nicht alleine moment noch wo einer bin ich dass sie mit der ausdauer da ist es ich fühle mich jetzt ein paar und mit dem mit den tabletten der ist schnell als ich hilfe ich schon wieder hier rum irgendwie hilfe ich bin schon unterwegs hilfe ich liege hier so in der gegend rum bei mir ist glaube ich ja auch einer sondern wie gesagt dacke hallo den naja meine ich der meinte ich habe mich ärgert zu müssen